Mehr als 8 Prozent. Und entweder wir kehren wieder in Wachstumspfaden zurück, oder wir werden uns wundern, was Schrumpfen heißt. Dann schrumpft der Wohnraum um 8 Prozent. Dann schrumpft der Hubraum um 8 Prozent. Dann wird der Kürbel um 8 Prozent eher beschneiden. Dann schrumpft die Schnitzel um 8 Prozent. Dann schrumpft das Viertelöck auf 0,18. Und, und, und. Das heißt, wir müssen einfach erkennen, dass wir besser werden müssen in Europa, damit uns die Schrumpfung nicht beeinträchtigt werden. Und in der Kernbranche Baden-Württemberg sieht man zuallererst, wie Wettbewerb und Markt sich verändert haben. Weltweit haben wir die Kapazität, dass man 90 oder 100 Millionen Fahrzeuge herstellen kann. Und in guten Jahren werden knapp 70 und in schlechten Jahren starten 50 Millionen Fahrzeuge verkauft. Wir haben eine strukturelle, erhebliche Überkapazität. Aber damit nicht genug, es werden trotzdem weitere neue Fabriken gebaut. Das heißt, der Daimler geht nach Ungarn, was uns die Freundschaft von Budapest bringt. Andere gehen nach Indien und China. Man muss in diese Märkte gehen, weil die Chinesen keine Lust haben, Autos von Raststatt oder Simpelfingen zu importieren. Die legen Zöne drauf. Und wer nicht dort Wertschöfte produziert, hat im Wettbewerb keine Chance. Diese VW, früher als alle anderen erkannt. Das heißt, es kommen zu den 90 oder 100 Millionen Kapazitäten für Neufahrzeuge, weitere 10, 20 Millionen hinzu. Aber es werden nicht 10 oder 20 Millionen automatisch mehr gebraucht. Eine riesige Gefahr. Deswegen bei allem Respekt, vor und nach der Wahl, mir unerfindlich ist, warum man jeden Standort von Koppel retten will. Das mag ja regional dem Bürgermeister wichtig sein. Vielleicht sind auch ein Landesregierungschef, der dann glaubwürdig wäre, wenn er Oblastenstfaden benutzt. Das kann er tun. Weder in Mainz, noch in Düsseldorf, noch in Erfurt, noch in Wiesbaden. Wir haben in Baden-Württemberg kein Problem, sondern wir haben andere Produkte. Und auch dort haben wir es oft. Weil eine Thema C-Klasse sich jetzt zeigt, dass Fahrzeuge in der C-Klasse geringe Marschen haben. Und dann der Dollar-Kurs. Jeden Profit in Amerika wegnehmen. Hinzu kommt, der Arbeitnehmer braucht den Not, den er in Sinne verdrängt. Keine Frage. Aber er bekommt eben seine Arbeitsstunde zu Vollkosten von 52 Euro und in Amerika von 30 Euro. Und die Amerikaner sind nicht so viel schlechter, wie wir teurer sind. Und deswegen, der Lissabon-Prozess war richtig. Aber wir sind nicht im Ziel. Im Gegenteil. Wir fliegen eher in einer der nächsten, einer dritten Branche raus. Und nehmen Chancen in neuen Branchen, stichwort Biotechnologie, tendenziell ab. Oder kommt auf die Idee, dass zwischen Stuttgart und Ulm auf der Strecke von Paris bis zum Schwarzen Meer das Gleis des Königs von Württemberg, die da ist in der Steige der Maßstab der Zukunft, sein muss er. Deswegen, wir müssen die Herausforderung annehmen. Ansonsten hängen unsere Kinder von uns wenig Respekt. Das Thema europäische Staatsverschuldung kommt hinzu. Also, das ist man nicht ganz schön ungehend. Zu allem ist es in Paris. In der Krise Schuld zu machen, um die Wirtschaft mit Impul zu sehen, ist richtig und notwendig. Deswegen trägt Baden-Württemberg, achte ich im Dezember auf, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, wunderbarer Name, mit. Ich sage Ihnen ganz offen, der Kinderfreibetrag und das höhere Kindergeld ist wunderbar, aber hilft der Wirtschaft gar nichts. Kein reiner Mitnahmeneffekt. Volksbegückung, ein Advent. Aber klar muss sein, wir müssen eine Exitstrategie finden, raus aus der horrenden Staatsverschuldung, die sich in diesen vier Jahren der Krise von 1500 Milliarden Euro auf 2000 Milliarden erhöht. Wir werden im Jahre 2013 nicht mehr 65 Milliarden Euro Schulden bedienen, durch Zinsen, die wir zahlen, sondern 90. 90 Milliarden Euro an Zinsen ohne Tilgung. Das könnte man mit dem Betrag für Infrastruktur, für Forschung, für Ganztagsbetreuung oder für Steuersenkung tun. Wir werden nicht die 2.30 Milliarden Euro als Schulden aufgeben. Und das Besondere an der Staatsverschuldung ist, dass sie steigt und die Zahl der Steuerzahler sinkt. Denn meine Generation hat die großen Fehler gemacht, wir haben zu viele Schulden ausgebaut und zu wenig Kinder gekriegt. Das heißt, wir haben zu wenig Schultern von morgen und viele Lasten von heute und der verdammt. Deswegen glaube ich, dass das Land, das mit Helmut Kohl uns überweilt, die Währungskriterien erfunden und durchgesetzt hat, auch zum Vorbild bei der Wiedererlangung dieser Kriterien, bei dem Weg aus der Schuldenfalle werden muss. Wenn wir nicht sparen, kommen die Griechen und die Portugiesen und die Iren und die im Balkon nie auf die Idee. Und wenn wir nicht sparen, toppt uns in neuen Schulden, sagen wir sie jeden Tag. Das heißt, ich glaube, die Agenda Europas ist klar. Die heißt, dass man im Wettbewerb in Amerika, in China besser werden muss, in den Märkten, wo wir stark sind, wo wir stark werden müssen, in neue Märkte früher hineingehen muss, Forschung, Neugierde, Innovation, Technik, übrigens, dass von 27 Ländern Europas mindestens 15 nicht mehr durch Industrie geprägt sind, stimmt nicht in besonderem Maße besorgt. England war einmal die Wiege des Fahrzeugbaus, der Stadtindustrie und das Machinett. wird heute leer gefehlt. Ein paar verbringen noch von Koreanern und Japanern vor Ort, ansonsten Investmentbanking in jedem Haus. Junge Männer, Nippelbrille, Altbrille. Unsere Kriege verantworten. Das heißt, wir müssen darauf setzen, dass auch in Zukunft industrielle Kompetenz, also Berne Düsentrieb, Robert Bosch, Karl Benz, Gotti Daimler, Maybach und andere, für europäische, erfolgreiche Zukunft unsere Grundlage sind. Darum geht es. Dies ist möglich in einer Einheit und Vielfalt zugleich. Und deswegen, die Idee Europas war richtig, als Konsequenz aus zwei Stunden Weltkriegen, von Gunz verschuldet, bleibt richtig, weil der innere und äußere Friede darauf ruht, aber auch unsere soziale Zukunft im Wettbewerb mit anderen Kulturen und Kondimenten nur europäisch begangen und bestanden werden kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in Gerlingen. Mein Freund von der Wieland und der Bürgermeister kennen sich in allen Zeiten bestens aus. Das heißt, holen Sie Rat, wo man Rotwein, wo man Weißwein trinken kann. Der Gerlinger ist großreichend gut und der von der Königkeitscheidung das besser. Dankeschön. Applaus 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 Applaus